Applaus Wir sind offen für Gespräche natürlich jetzt. Ich hatte einen ersten Kontakt mit dem SPD-Vorsitzenden, der allerdings verständlicherweise, will ich ausdrücklich sagen, darum gebeten hat, dass die SPD erst ihren Konvent am Freitag durchführt. Das ist selbstverständlich, dass die Gremien in den verschiedenen Parteien natürlich erst einmal Vorrang haben. Vielen Dank.